Und jetzt bei uns am Telefon eine ganz starke Truppe hier. Verena Kehrt, Mara Bergmann, Sven Rüthner ist da und Ralf Bürger. Ihr habt was Tolles gemacht, Sven. Was habt ihr gemacht? Wir haben im Rahmen der Rennserie ADAC KT Masters ein Team unterstützt, Kellyway Competition. Und viele Unternehmer, viele Mitglieder aus dem Sportwagenclub haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, nee, wir wollen nicht unsere Locos auf dem Auto, wir wollen soziale Projekte. Wir wollen das sehen, wie ihr gefahren seid. Und das habt ihr fantastisch gemacht, übrigens dann auch mit einem richtig tollen Ergebnis, was zusammengekommen ist. Das gilt ja in dieser Spendentonne drin, ja? Naja, das ist so symbolisch. Wir haben mit dieser Spendentonne dann vor Ort die Quit Girls, die Fahrer, prominente Personen haben dort Geld gesammelt, haben ganz, ganz viele Besucher, haben da gespendet. Und bis heute sind 60.000 Euro zusammengekommen, natürlich hauptsächlich durch die Mitglieder im Sportwagenclub. Fantastisch, da steht die Spendentonne. Und ich habe noch eine Überraschung, wir würden das gerne um 5.000 Euro erhöhen. Da bin ich doch einverstanden. Der Ralf Burghoff von der Big Unternehmensgruppe würde die Tonne gerne ersteigern und wir erhöhen auf 65.000 Euro. Ralf, wir sind einverstanden. Perfekt. Eine Frage noch an euch. Ralf, Spendenmarathon ist für mich? Eine Sensation. Verena? Ein absolutes Highlight. Mara? Eine Herzensangelegenheit. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank, Sven, an dich und dein ganzes Team. 65.000 Euro. Der RTL Spendenmarathon. Im Namen aller Kinder sagen wir Danke. Danke.